hallo liebe freunde der fix legion in der haltung der spiel tobi hier heute gibt es ein pick up video und zwar hat mich ein paket vom tom von toms collection erreicht und was da drin ist sehen wir gleich los geht's direkt nach dem intro ja das päckchen ist von tom von toms collection ich habe es ja im intro oder vor dem intro schon gesagt und ganz lustige geschichte vielleicht erinnert ihr euch noch vor ein paar videos habe ich euch ja in zwei teilen ja ein paket vorgestellt das ich von einem freund zur verfügung gestellt bekommen habe der einfach aussortiert hat und gesagt hat hier nimm sonst entsorgen ich das ganze wenn ihr nicht gesehen habt gerne noch mal in der ecke oben verlinke ich euch bzw in der endcard könnte man noch mal nachschauen wirklich ein riesen paket und bei tom war das zur gleichen zeit genauso dass er von einem arbeitskollegen oder von einem bekannten auch zwei kisten hingestellt bekommen hat und gesagt hat hier nimm was du brauchst den rest verkaufst du ich will nichts mehr mit zu tun haben und das hat tom auch gemacht er hat ausgepackt video dazu hat er auch natürlich auf seinem kanal und er hat so gemacht ein teil ist in seine sammlung gegangen und ein teil ist dann auch wieder weitergegangen und wir haben ganz 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 kleinen teil davon habe ich jetzt bekommen und da ist auch glaubt noch ein zwei sachen aus seiner eigentlichen sammlung drin also nicht nur aus diesem paket aber schöne sachen dabei und die schauen wir uns jetzt an starten möchte ich mit zweimal nintendo 3ds der hat irgendwie in meiner sammlung viel 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 zu wenig liebe erfahren bis jetzt und ich finde eigentlich diesen 3ds richtig geile konsole allein schon durch dieses autarke 3d dass man eben keine brille braucht sondern dass das display 3d darstellen kann das finde ich immer noch auch wenn es nicht mehr neu ist der 3ds finde ich immer noch geil finde ich innovativ und typisch nintendo irgendwie mal was ausprobieren auf den markt werfen entweder flops total oder man hat einen riesen erfolg und oder 3ds der hat sich jetzt schon eine zeitlang gehalten nicht ganz so gut und beliebt und viel verkauft wie jetzt der ds das war ja unheimlicher erfolg aber trotzdem schöne spiele für rausgekommen und zwei stück habe ich mir jetzt hier von tom zukommen lassen einmal ist das dead or alive dimensions und ja dead or alive braucht man glaubt nicht viel zu zu sagen was steht hier hinten drauf dead or live ist zurück und dazu noch größer als je zuvor erkunde eine seite von dead or alive die du noch nie gesehen hast 25 charaktere über zehn spielmodi unterschiedlich schwere interaktive stages und noch viel mehr jo dead or alive auf dem 3ds sehr geil ist ja ein 3d prügler und war ja auch oder ist auch dafür bekannt dass man auch so mit der umgebung ein bisschen interagieren kann leute mal eine andere ebene runter werfen kann und ich denke da ist der 3ds eigentlich genau die richtige konsole für also spiel nummer eins dead or alive dimensions dann geht es weiter mit einem rennspiel wac world rally championship kein untertitel wac 4 world world championship the official game also einfach nur wac im endeffekt ist ein rallye spiel als ein autorennspiel und ja so ein autorennspiel wo man ja quasi in die tiefe rein fährt in den bildschirm rein fährt finde ich auch eigentlich ideal für so ein 3ds spiel deswegen ja ich finde rallye spiele geil ich finde autorennen allgemein ganz geil und so spielt das eigentlich von der art her prädestiniert ist für ein 3ds welches spiel ist eigentlich nicht prädestiniert für ein 3d sogar 2d jump and run sind dafür prädestiniert weil ja dann die plattform so ein bisschen vorschaut und der hintergrund ein bisschen rein egal ich hatte bock drauf ich habe es mir von tom oder bei tom gesichert und bis wir dann die zusammen haben hatten hat er mir das ganze zur seite gelegt wrc für den 3ds sehr schön dann gehen wir ein bisschen zurück und zwar in die 16 bit zeit bleiben aber bei nintendo und zwar ich habe es noch nie gesehen wie wohl neon de ball essen ja wie soll ich sagen ein puzzle spiel labyrinth puzzle spiel so irgendwie es hat mir wie gesagt nichts gesagt ich habe das noch nie gesehen und da habe ich mir natürlich bevor ich mir gesichert habe bei tom bisschen gameplay angeschaut und es hat mich an diesen bonus stage von sonic the hedgehog erinnert und zwar müsste das sonic 1 gewesen sein wo man ja quasi so ein ich sag mal so ein labyrinth hat das so in der luft schwebt und sonic ist dann quasi die kugel von the ball sogar der ball hier ist so bläulich und durch dieses labyrinth geht man dann wenn man an verschiedene bumper kommt dreht sich das in eine andere richtung und dreht sich noch mal zurück also dreht sich in uhrzeigersinn oder gegen den uhrzeigersinn und so muss man eben dadurch edelsteine sammeln und dann ganz in der mitte von diesem labyrinth gibt es dann noch so einen speziellen stein wenn man den gesammelt hat hat man eben den den bonus gem das ziel von diesem bonus level quasi erreicht so genug über den sonic bonus level ich habe mir gameplay angeschaut und es sieht wirklich sehr ähnlich danach aus also so ein ball puzzle labyrinth spiel dass mich sehr an diesen sonic bonus stage erinnert hat punkt und ja für kleines geld habe ich mir das dann bei tom gesichert weiter geht's immer noch mit nintendo es ist jetzt gar nicht gut zu erkennen er hat mir in eine schutzhülle gepackt bisschen gepolstert und da hinten ja an der anleitung ist es schon fast zu erkennen es ist ein dragon ball spiel und eigentlich habe ich mit dragon ball gar nichts am hut meistens oder fast immer sind diese dragon ball spiele ja solche action adventures wo man dann eben eine welt erkundeten dann irgendwo auf den gegner trifft und ja den dann eben erledigen muss ist auch nicht unbedingt das spiel das ich möchte umso geiler finde ich dass ich eben dieses spiel hier bekommen habe das ist dragon ball advanced adventure und es ist eigentlich gar kein adventure wie das was ich gerade beschrieben habe sondern es ist ein side scrolling beat'em up hier ist es sogar noch in der schutzhülle das ist aber keine original schutzhülle vom gba aber egal so sieht das modul aus eigentlich ist cover genauso wie hier bei der anleitung und ja wie gesagt das ist ein side scrolling beat'em up das hatte ich mal auf einer ja so nam china 100 roms in eins handheld psp fake konsole gespielt das habt die hatte ich mal von dem retro pioneer bekommen genau und da habe ich eben das spiel mal angespielt gehabt und gedacht wow das ist ja gar nicht so wie die dragon ball spiele die ich sonst so erwarte und kenne und da fand ich das geil und hatte eigentlich nie im hinterkopf mir das zu kaufen jetzt ist mir beim tom über den weg gelaufen und ja da habe ich gesagt du tom dieses dragon ball spiel das ist genau das richtige für mich weil es eben ein side scrolling beat'em up ist jo ähm das war quasi so das letzte spiel das ich in dieses paket aufgenommen habe und da hat tom gesagt ja du was willst du da noch für geben ich hatte keine ahnung was es wert ist was es kostet habe dann online mal ein bisschen geschaut und gesehen wow das geht für gar nicht so wenig über die theke ne so habe ich gesagt du tom ich habe gesehen das ist schon gut was wert da bin ich eigentlich nicht gewillt das für ein spiel zu bezahlen zumal ich das rein zum spielen auch in dieser emo konsole spielen kann und ja es ist schön dass in der sammlung zu haben aber wirklich so viel geld ausgeben würde ich dafür nicht nimm es einfach raus dann hat er gesagt du ist mir egal und ich glaube deswegen weil es auch in diesem geschenk paket drin war hat er gesagt du ist egal gib mir noch ein 10er und dann ist es dir und das ist wirklich ein echt geiler deal auch wenn ich weiß dass tom das gratis bekommen hat er hätte es nicht müssen für 10 euro verkaufen und finde ich echt hammer super deal super fair es ist mehr als fair egal super geil von dir tom mir dieses spiel ja für sehr kleines geld zu überlassen also echt doppel daumen hoch jo und dann kommen wir noch zu ein bisschen hardware auch in diesem paket waren ich glaube drei oder vier playstation 3 controller und ich habe tom gesagt du ich bräuchte ein ich habe noch eine playstation 3 konsole ohne irgendwas die möchte ich gern verkaufen das ist eine ps3 slim aber ja ein hdmi kabel findet man ein kaltgerätekabel findet man aber ich brauche natürlich noch einen controller und da hat er mir eben hier einen 6 axis controller noch vermacht der ist eben ja erste generation ohne rumble feature ich weiß nicht woran man das genau erkennt das ist dann 6 axis steht dann da rumble drauf oder was aber vom gewicht her kann da kein motor drin sein kein gegen gewicht drin sein oder gegen gewichte das ist ja links und rechts eins das muss in series 1 also ein og 6 axis controller für die ps3 sein aber nur um so eine konsole zu vervollständigen um sie dann besser verkaufen zu können es ist mir eigentlich total wumpe und ich bin froh jetzt mal noch günstig hier an controller gekommen zu sein und so dann eben ja das paket verkaufsfähig zu machen also tom noch mal vielen dank für diese richtig richtig geilen deals also vor allem hier das faire überlassen von diesem dragonball spiel finde ich sehr geil und kommt deswegen so 1 a 1 zu 1 nochmal in meine sammlung nochmal ist ja noch nicht physisch in meiner sammlung bis jetzt nur digital gespielt und digital auf so einer fake handheld kommt Moment ich suche sie gerade noch ne ich suche sie nicht ich dachte sie würde hier direkt hinten unten im regal liegen aber sie muss da hinten in der box liegen deswegen ist jetzt ein bisschen viel action aber sie sieht aus wie so eine fake psp genau wie das hier auch aber das ist nur so ein ganz billow lcd spiel und ja da sind dann eben so 100 spiele drauf beziehungsweise 500 ist angegeben aber sind dann 5 mal die gleichen spiele egal sieht aus wie eine psp und sind dann eben roms drauf geladen jo das war mein paket von tom nochmal herzlichen dank und ja schaut gerne nochmal mein unboxing von dieser riesen channel spende die ich bekommen habe von einem freund und schaut auch bei tom vorbei wie er eben auch sein paket vorstellt seine riesen channel spende jo das war's für heute ich hoffe es hat euch gefallen und würde sagen wir sehen uns bleibt munter euer telespiel tobi abonnt